ein erdbeben wir dürfen diesen knopf nicht aggressiv fahren guck mal wie rot der ist gerade siehst du das stimmt du hast recht warte mal komm kann ich drauf drücken freundlich und wenn du drauf ich drücke drauf und ein pass auf die wand das heißt also der horror böse knopf oder was ja das ist halt also dann bitte aggressiver dürfen heute nicht sauer was passiert irgendwas passiert die gerade alter das im hund der tanzt ich sag's dir dass ich der mega mit sich aus ab hier blöde und jetzt um die kommt locker leicht lava oder so was ja ja aber kommt ihr müsst nicht nach oben kass noch nicht unterfallen ich bin mein kopf ist das gesehen Krokodilparcours Pass auf die roten Augen auf So ein Ekelpo So, ich hab das erste Ja, stimmt Ich drück drauf Drück drauf, wenn er freundlich wird Wir müssen ihn heute sauber machen Jetzt Drück drauf, drück drauf Wow Ich hab mich weg geschossen Mich auch, was war das? Okay, komm, drück drauf Schnell die Leiter hoch, die Leiter hoch Die Lava steigt Die Lava steigt, die Leiter ist unendlich Die steigt da richtig schnell Die steigt da richtig schnell Ey, die steigt da richtig schnell Das mag ich nicht Wow 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 Alter, krank Die Regenbogenrutsche Nein Ich rutsch perfekt Ich bin schon wieder der Erste Sag mal, bei mir läuft heute richtig Wow Alter, ich bin einfach gerutscht wie ein Gott Ich will aufrutschen Mann, ich bin am Knopf hier direkt schon wieder Ich drück drauf und Nein, spring schon wieder Lauf, diesmal springen, immer hoch springen Hä, bist du wieder gegessen worden? Nein, ich wurde auch nicht gegessen Ich bin im Magen drin Ahhhh Nein Ahhhh Ich diesmal auch Mann ey Schreck Pass auf Schreck, glaub weg vor Schreck Lauf, 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 er kommt, er kommt Oh oh Der will uns killen Der will uns killen Pass auf Haha Stimmt, stimmt Oh, lauf, so schnell wie du kannst Caspar Oh Gott, das ist so gruselig hier Ich mag das ganze und gar nicht Ich auch Wir haben es überlebt Wir haben es überlebt Nein, nein Oh, mach Mann ey Der soll uns in Ruhe lassen jetzt Esso, denn warum ist er uns die ganze Zeit Mann ey Oh, nein Guck mal Ahhhh Ahhhh Nein Ich bin schon wieder in ihm drin Oh, ich auch Ich wurde geknabbert Aber guck mal Ich könnte schon wieder drauf drücken Oh nein Oh, oh Was ist das jetzt? Zum Knopf gehen? Oh nein Nein, wir hätten drauf springen müssen Ich habe als einzige erlebt Oh mein Gott, wie krass Ich bin der Knopfkönig Haha Hä? Uff Hey Alle gestorben Ich drück mal drauf hier Und Schnell den Parcours fertig machen Und jetzt? Oh, oh, oh Hey Nein Die Wände Oh Mann oh Wir machen jetzt locker gerade den Parcours fertig Ja, stimmt Ey, wir haben es nicht geschafft, weil wir zu schlecht waren Ich habe die genau berührt gerade aus der See, sag mal Ähm Oh Hä? Guck mal, ich rutsche nicht Du bist auch nicht runtergerutscht, ne? Du hast recht Ne, ich rutsche auch nicht Aber mein Kopf ist zu schwer Vielleicht können wir deswegen nicht runtergerutschen Ah, stimmt, du hast recht Lauf Guck mal, wir können auch so einen Shop kaufen Wir können auch zum Beispiel so Pizza und sowas kaufen, ne? Ah, stimmt, warte mal Ich kann ihn mir jetzt schon kaufen 50 gold Ja? Ich habe sie am Start Und jetzt? Was bringt die? Was hast du dir jetzt geholt? Eine Pizza Njam, 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 njam Schnell, jetzt aber Hä? Ich will meinen großen Kopf behalten Wow Oh mein Gott Das war gerade echt mega knapp Haha Juhu Und drückt auf Oh Was ist jetzt los? Nein Setz dich hin Ich setz dich hin Okay, okay, es geht los Drei, zwei, eins Let's go Wow 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 Ey, ich bin irgendwo Hilfe Super Speed Bist du das hier? Bist du das hier in der Box drinnen? Hahaha Oh mein Gott Nein Wo geht's hier hin? Sag mal Nein, ist mir runtergefallen Mann ey Ich auch Pass auf Pass auf, oh Gott Du musst diesen Lasern ausweichen Wird hier denn immer noch einen großen Kopf ey? Ich hab gar keinen mehr Ich hab ihn gar nicht berührt Ich hab ihn gar nicht berührt Ich hab ihn gar nicht berührt Ich wurde trotzdem berührt Ich wurde trotzdem berührt Ich wurde trotzdem berührt Schnell noch rum Loll Beeiligt Kasper Die Lava kommt gleich schon wieder Ich weiß, die Lava ist fast da Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Und rum in die Ecke Ja, diesmal hab ich's geschafft Hey Was Die drücken mich halt alle immer weg die ganze Zeit Ob der böse Knopf stärker ist als du Ja, Alter Es ist wirklich richtig nicht schlimm hier zu überleben Sag mal Ja, du bist einfach nur schlecht bist du Jetzt ist aber schwierig jetzt hier Jetzt musst du aber überleben Okay, ein Level schwieriger Ich bin gespannt, ob wir es diesmal schaffen Okay, kein Problem Kein Problem, ne Hier lang Gar nichts los Bisher ist doch voll easy, sag mal Ich steh hier die ganze Zeit nur in der Mitte Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ja, ich weiß, ich weiß Es ist grad echt mega, mega schwer Okay Ich hab's aber fast schon geschafft jetzt hier Ja, Alter Guck mal wie einfach ich muss hier nur in der Mitte bleiben gefühlt Hä? Ja, aber das sind halt nicht die roten Teile Hä? Oh, es wird schnell, es wird schnell Oh, es wird echt schnell Nein Mann Also echt Ich bin schon wieder als Einziger hier im Leben mit so einer anderen Ach, Mann ey Ich schwöre, das ist mega schwer Full Speed ran Okay Okay Ich sag dir, wir werden gleich die Leute weg Wow Alter Ja, safe, 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 die krasse Nuke gleich Oh Alter Oh Nein Mann ey Ich bin zu schlecht dafür Schon wieder Mann ey Ich bin trotzdem runtergefallen beim Speedrun-Carter Ach, das kann nicht sein, so kurz vorm Ende oder was? Also ich stand da schon drauf, aber ich glaube es hat nichts gemacht, was er gesagt hätte Ach, Mann Kann doch nicht sein, ey So, drückst du erst den Knopf? Hey Ich drück jetzt mal drauf hier, komm Hä Okay Okay Ich drück drauf und Batz hier gedrückt Oh Jetzt aber Und wieder eine Rutsche Jetzt aber Ich drück die Daumen Nein Ich sag dir, ich bin jetzt ganz hinten, das heißt ich werde überleben Ohhhh Nein, ich häng hier, ich bin letzter Oh nein, ich dreh mich Mein Ding hängt fest Autoscooter Nein Meine Box hängt fest Wow Ey, das kann man sich ja nicht ausdenken, dass meine Box hier einfach hängt jetzt Ich drück den Stopp Ich drück den Stopp Mach mal Wow Wow Schon wieder der Tanzenhunde Der Tanzenhunde durchdrehende Hund, ne Und eben kaufe ich mir für 300 Münzen dieses Tool, aber ich habe nicht genug Geld, leider Ah Gute Frage, ne Wie viel Geld hast du denn? Oder du, ja Ich würde sagen, die Atombombe machst du zum Schluss, ne Und dann, ich sag, ich werde auf jeden Fall nicht alle wegnehmen, ne Wow Hahaha Alter, endlich ist unser Kopf wieder groß Ist so Wir werden ja ausgelacht, sag mal Was soll das denn? Ich weiß Money Oh Gott, ich drück jetzt drauf hier Äliens Nein Nein Ja Ihr werden alle drauf gehen Hier werden alle drauf gehen Nein Nein Ich bin auch gestorben, dafür habe ich das gar nicht berührt Hä? pass auf ich sag doch doch pass auf aua wieso sterben wir hier der knopf ist grad voll blöd ist so jetzt aber jetzt kannst du mitspielen jetzt hier was ist das jetzt machen was muss er denn machen so was hier ich werde dich so holen hey du sau nein nein das war aber richtig knapp grad ich laufe hier eine gute runde gerade ich laufe hier gute runde aber die teile respawn auch die ganze ja ja voll einfach alter was ist voll abgeschnitten ist klar mal ganz so ein kleines tool mal gucken ob ich damit manchmal muss ist das sehr gut alter was kannst du jetzt machen ein bisschen mit höher springen alter ja mann stimmt dann hört das erdbeben denn auf das hört gar nicht auf das ist das ultra meinst du bist gleich ein parcours machen mit den erdbeben zusammen schnell lava erdbeben alter einfach vulkan ausbruch alter ich sehe gar nicht du bist ja vorbei gesprungen oder was ja mein kopf war auf einmal so seitlich und ich schaff das erste mal schaffe ich es mit riesenkopf ja ich habe immer noch erdbeben ne nein pass auf spring spring nein jetzt ist erdbeben vorbei hier mann ich tue die jetzt noch mal jetzt werden alle quasi denken sie überleben lassen und jetzt werde ich jetzt alter bist du verrückt oder was du kannst ja nicht die ganze zeit nuken wird drauf gehen wow alter wie so ein atompilz oh mein gott irgendwas kommt die flut wow die dinge gehen runter nein das ist viel zu schnell für mich ja ich sagte ich werde euch alle weg hast du es überlebt gerade hast du es überlebt ich habe es überlebt ich bin ganz schön glaub ich nicht du alter profi so komm dieser drück drauf und oh jetzt musst du auf jeden fall ganz ganz schnell springen kaspar ganz schnell springen ja ich springe direkt rein alter ich bin direkt gestorben ehrlich oh nein jetzt bin ich auch gestorben kann doch nicht sein aber vielleicht kann ich mir schon was krasses kaufen hier für robux ne hast du dir ein ein bisschen robux geholt ich habe ihn gar nicht berührt was ich bin nicht berührt und bestellt trotzdem schnell in die mitte nein oh mein gott du musst genau durch springen hey wir sind so lost man ich habe nicht gecheckt dass ich auch nicht kann doch nicht sein so kommt doch mal ein du sauer alter du sauer soll ich dir was sagen du wirst trotzdem sterben du wirst trotzdem sterben habe ich doch gesagt die hassen dich oh gott oh nein ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen das sieht ganz gut aus gerade wie er da so rumhüpft das ist auch ganz schön ich mir berühre die lava und bin tot mann also brox ich muss sagen der horror knopf aber wir haben ihn gut überlebt bisher ne wir haben ihn echt gut überlebt den horror knopf ne ich würde sagen das schreit nach einem zweiten part wir konnten den bösen knopf überleben freunde sehr viel spaß gemacht zu spielen wenn es euch gefallen beim zuschauen lasst mir gerne ein like und auch ein abo da wollt ihr den zweiten part hier vor uns sehen dann schreibt mir gerne die kommentare über den walt schickt gerne eins von einmal mit uns aus winsten nächsten wir haben einen wunderschönen tag bis dann und ciao ciao